Was meinst du? Was meinst du? Das ist aber hart zu hoch. Dann bin ich unter dem her und dann... Oha... Das ist die Angst. Das ist die Angst. Ja, aber wie hoch ist der Baum? Wie weit ist der Nachbar weg? Könnte mein Nachbar nicht weg? Könnte der Baum da vorfallen? Und wenn er diese Höhe erreicht hat, muss er weg. Im unteren Bereich, finde ich, überhaupt nicht weg. Ich will nicht, wenn der als Einzelhandler stattfindet oder sagen wir mal... Einzelhandler.